Wenn du das hier anschaust, hängst du wahrscheinlich schon einige Zeit vor dem Internet und versuchst dich abzulenken. Und ich weiß nicht, was du suchst und ich weiß auch nicht, wie du überhaupt auf dieses Video gekommen bist, aber ich möchte dir gerne zwei Dinge sagen. Als erstes, du hast einen Schöpfer, der dich liebt, der sich um dich sorgt und dem jedes Detail in deinem Leben wichtig ist. Und zweitens, wenn diese Aussage eher noch mehr Fragen bei dir aufwirft, dich verwirrt oder vielleicht sogar richtig wütend macht, dann ist es völlig in Ordnung. Der Link in diesem Video wird dich mit jemandem in Kontakt bringen, der Interesse daran hat, sich anzuhören, wie es dir geht und bereit ist, dir zu erklären, was eine Beziehung mit Gott ganz konkret für dein Leben bedeutet. Die Person wird dir erklären, dass Hoffnung nur in Jesus Christus, unserem persönlichen Erlöser und Erretter, gefunden werden kann. Also hör auf, mir weiter zuzuhören und klick auf den Link, um uns zu erzählen, was gerade in deinem Leben abgeht.